Ich begrüße Sie zu einem weiteren Video des Security Insider YouTube Kanals. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie mit der Gruppenrichtlinienverwaltung in Windows Server 2012 R2 und Windows Server 2016 einzelne Gruppenrichtlinien oder alle Gruppenrichtlinien sichern und wiederherstellen können. Die verschiedenen Gruppenrichtlinien in Ihrer Umgebung finden Sie in der Gruppenrichtlinienverwaltung. Das Tool wird automatisch auf den Domänencontrollern installiert. Sie können es aber auch auf anderen Servern über den Server Manager installieren oder mit den Remote Server Verwaltungstools für Windows 8.1 und Windows 10. Die einzelnen Gruppenrichtlinien finden Sie wiederum, wenn Sie das Tool gestartet haben, im Bereich Gruppenrichtlinienobjekte. Sie sehen, hier gibt es jetzt verschiedene Gruppenrichtlinien in diesen Umgebungen und ich kann jetzt hier über das Kontextmenü von Gruppenrichtlinien und dem Auswahl von Sichern einzelne Gruppenrichtlinien sichern. Bei der Sicherung werden alle Einstellungen in der Gruppenrichtlinie erfasst, aber auch die internen Einstellungen in Active Directory, also die Globally Unique Identifier Nummer, also sozusagen die Nummer der Gruppenrichtlinien. Die Berechtigungen werden erfasst, WMI-Filter, Zeitstempel und alle möglichen Einstellungen, die eben in der Gruppenrichtlinie abgelegt sind. Wenn ich hier Sichern auswähle, kann ich den Speicherort auswählen, in dem die Gruppenrichtlinien gesichert werden sollen. Ich verwende jetzt hier das Verzeichnis C-Temp, wähle jetzt hier Sichern aus und schon wird die Gruppenrichtlinie jetzt hier in diesem Verzeichnis gesichert. Neben der Möglichkeit, einzelne Gruppenrichtlinien zu sichern, kann ich über das Kontextmenü von Gruppenrichtlinienobjekten natürlich auch alle Gruppenrichtlinien sichern. Das mache ich jetzt hier über das gleiche Verzeichnis. Sie sehen, das wird hier auch entsprechend angezeigt und wenn ich mir jetzt hier auf dem Server im Verzeichnis C das Verzeichnis Temp anzeigen lasse, sehen Sie hier verschiedene gesicherte Gruppenrichtlinien, die ich auch bereits schon im Vorfeld erstellt habe. Wenn Sie das Ganze verwalten wollen, ist der einfachste Weg über das Kontextmenü von Gruppenrichtlinienobjekten und hier Sicherungen verwalten. Sie sehen hier alle durchgeführten Sicherungen der Gruppenrichtlinie. Wenn Sie nur jeweils die aktuelle Sicherung anzeigen lassen wollen, aktivieren Sie hier die Option für jedes Gruppenrichtlinienobjekt, nur die neueste Sicherung anzeigen, dann haben Sie hier jetzt eben die jeweils aktuelle Sicherung. Wenn Sie jetzt eine Sicherung wiederherstellen wollen, können Sie hier einfach die entsprechende Gruppenrichtlinie markieren, können das Ganze hier über Wiederherstellen auswählen. Danach wird jetzt die Gruppenrichtlinie wieder am gleichen Ort wiederhergestellt. Sie können natürlich auch die Einstellungen einer Gruppenrichtlinie anzeigen. Dann wählen Sie hier die Gruppenrichtlinie aus, wählen Einstellungen anzeigen. Danach wird eine HTML-Datei erstellt und in der HTML-Datei sind alle Einstellungen zu sehen, die in der Gruppenrichtlinie vorgenommen wurde. Wenn Ihnen das Video gefallen hat und Sie noch an weiteren interessanten Videos für die Sicherheit in Netzwerken interessiert sind, abonnieren Sie den YouTube-Kanal von Security Insider, denn hier werden Sie regelmäßig neue Videos für das Thema Sicherheit in Netzwerken, auch in Windows-Netzwerken sehen können.